Ich fange an. Ich habe einen brutalen Schubi bekommen, nachdem der Jude den 21er eben hatte. Das war fast die Doppelrand. Ja, aber man sollte sagen, das Tierchen hier hat 33 Kilo und ist Figo-Belle-Sauber. Sieht gerade gar nicht wie dick der. Hat draußen gar nicht gekämpft. Hier vorne hat er einen Zauber gemacht von feinsten Kanten. Hat diesmal auf eine 25er-Jahre gebissen, bei Bierweit auch bei 1000. Ja, gefüttert haben wir gestern ungefähr, was wir gefüttert haben, jeder so 5 Kilo, weil die Fische ein bisschen langsamer fressen. Aber ich denke mit der Futtermenge haben wir jetzt genau richtig genannt, weil es kommen nur noch große Fische. Wir haben nur noch die letzten Fische, alle über 5 Kilo. Ja. So, ok. Wo war es ein Brett? Ich drehe mal, das Ausmaß wird noch gar nicht so klar. Da ist die Bratte wieder mal voll. Geil. Mega geil. Ha 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 ha. Geil, geil, geil. Und was ein geiles Teil. Schuppi-Granate. Das ist echt eine Granate. Das ist ja mein Freund. Geil. 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 Geil, geh. Geil. Geil. Ne, geili. Das passt. Das war ein geiles Teil. Jetzt bleibt ja auch wie das geht. Ja, das ist ein geiles Teil. Ja. Geils. Ne, ja. Im Nutz. Hehehe. Vielen Dank.